Und wenn das nicht mal kommen würde? Ja lallo! Ja, wo kommt Schneedichtgast? Oh, der Hufe! Die Schneedecke dünner ist wie 9 mm. Aber hier liegt doch gar kein Schnee, eben dran. Hier siehst du nachher sowieso nur den Kopf und den Hals. Ja, mal gucken, war nur für sich, die über einer Panzerat kommt, ne? Zumindest. War das schon der Gruppen? Nein, aber ne, ich hab nur die Ringe noch gesehen. Ja, die sehe ich auch noch ein bisschen. Er ist, danach muss er auf der Kreuzung da sein. Ah, jetzt kommt man hier, ne? Ne, ne, schon an der Kreuzung vorbei. Auf der Höhe von der Kreuzung ist er jetzt da. Wieso rennt er jetzt da lang? Ist er doof? Wieso, der kommt doch eigentlich, ist das doch. Wieso, der kommt doch eigentlich, ist das doch. Heißer. Heißer. Wo siehst du den denn? Ich bin Horst, ich sehe das immer. Der müsste doch von da kommen, der war doch da. Und du guckst ja da. Und wo ist er denn jetzt? Weißwedel. Der hat ein schönes Geweih. Komm hinter den Baum da weg. Was ich nicht kratzen von mir. Und schütteln brauchst du die auch nicht. Komm eh. Der schüttelt nicht, der zeigt so ein Geweih. Ne, das war ein Schüttel. Oh ne. Ist das nicht ein anderer, der kommt doch aus einer völlig anderen Richtung. Oh, vielleicht sind das ja zwei. Oh, der kommt jetzt wieder so doof. also ich hätte ihn so und sich fällt dass ich schießen könnte ja der macht ich schieße aber mit mir da mit der armbrust oder hier gleich könntest du noch im sichtfeld haben er kommt jetzt in hügel hoch sie ist doch gesagt schießen ja ich war drauf aber ich dachte weil wir jetzt weiß dass du sie auch nicht hätte diesen sträucher das form ich hatte war drauf ich hätte nur abdrücken na gut hatten wir den spaß genau der kommt von da und von daher war schön hier auf den hügel ach straße hier da gehe ich mal auf die straße und call mal war ja und dann gehen wir oh ja call du mal auf der straße und ich gehe 20 meter von hier weg bei rehböcken mache ich das auch immer so die kommen ja ziemlich schnell das mache ich wie fox dann call ich und dann gehe ich 30 meter zurück irgendwo hier an der straßenkante wo stehst du da stehst du ja ich wollte gerade sagen wir müssen ja von der querseite kriegen ja ich versuche immer so im gebüsch zu stehen du bist ja so oder so dran also ja darum sag ich doch um zu tun hier ja so ich stelle mich hier jetzt musst du aber mit einmal korn kommen oder mal gucken was kommt da war ja nahe genug dran also der müsste ich mir jetzt an der kommt von da habe ich wechsel auch mal auf acht mal weg nie wenn man nicht ganz sicher von wo er jetzt kommt nicht direkt hinter mir steht naja so ist schlecht dass ich sie dich im popo wo bist du ja ich muss erst mal gucken wo du bist mal interessant ob damit einmal korn kommt aber du sagst ja war nicht zu weit weg hallo ne so weit war aber nicht weg so lange der nicht hinter uns steht und so mit hufe auf der schulter klopft das kann natürlich passieren ne 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 ich sehe da siehst du mir wie ich mit fernglas oder ohne heute auch ein schönes geweiß da wird noch nicht eingeblendet jetzt kommt er wieder jetzt habe ich eine menge bäume wie schießt du da stehst du ja ja da ist er jetzt wie genau sogar ohne 82 m oder feines gewalt da mache ich doch mal krach hatte ich noch nicht geladen sobald aber ja er kommt so guckt bewegt mich mal nicht zwischen die bäume durch die karte liegt das wollte ich jetzt mit der abbruch des kinder waren wir zu schön aus ich kenne mich doch mal loki loki machen hey du hast blattläuse du hast milben milben gehen nicht an menschen dass sie fast aufgetreten ja der lichter wieder ich habe ein schönes geweih du hast aber recht wenn beziehung muss tatsächlich oh ja haben wir haben hier Hey du Fenchel, geh da runter. Er ist noch warm. Soja, du drohen da, weil du rauf willst. Komm, geh schon zu. Jetzt nicht mehr. 175er. Ich hab auch Schulterblatt und Bebelwoll. Von vorne, ne? Ah ja, gut, Schulterblatt, ja gut, das geht. Ich hab auch gewackelt. Das wird gerne wieder hochkommen. Ich schreib mir nur die Zeit auf, so. Jetzt komm, komm ich los. Und nachher nicht so lange sichtig. Ich hab mir, wie bei Trabz das Heakchen recht genommen. So, drück ich da jetzt rauf. So, Betanmodus an. Nein, nicht ganz runter. Super. Ja, kannst du auch, also... Betan, da geht's noch nicht. ... ... ... ... ...